LT1 präsentiert das größte Beachvolleyball-Turnier des Landes. Am kommenden Samstag ab 19 Uhr mit dem Ländermatch Österreich gegen Brasilien. Mit unseren Olympia-Teilnehmern Xandy Huber und Robin Seidel. Im Anschluss die legendäre Soundhaufen-Party mit 2-Tages-Bart. Die Mehmet Beach Trophy powered by Raiffeisen Club von 22. bis 24. Juli in St. Marienkirchen an der Polsenz. Alle Infos unter beachtrophy.at